Willem Warenz und Jakob van Heemskerk sind fest überzeugt, diesmal den richtigen Weg nach Indien für uns zu eröffnen. Ich bin Gerrit de Fea. Ich will Schriftsteller werden. Hattet ihr Zeit, darüber nachzudenken? Wenn ich zurückkomme, bin ich reich. Dieser junge Mann wird uns berühmt machen. Land, Leute, landet sich! Das ist das neue Land. Nova Sempler. Hier, diese Insel ist nicht richtig eingezeichnet. Sie liegt viel weiter westlich. Van Heemskerk will hier lang. Und was liegt da? Noch weiter im Norden? Das weiß keiner. Unser Tiefgang bereitet uns Probleme mit dem Eis. Wir würden hier überwintern. Und du wirst es den Männern sagen. Den ganzen Winter sind Monate und Monate. Kennt einer von euch einen besseren Plan? Dann spreche er jetzt. Wir werden verrecken. Mit Geocke! Ja! Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren.